Ich bin Andreas und sage Moin Moin. Freunde, wenn man sowas schön finden kann. Ich fand sie schön. Hallo und herzlich willkommen aus der wunderschönen Wesermarsch. Ja, wir haben wirklich Frost jetzt einen Augenblick. Der Winter naht quasi zwei Grad kälter wie bei uns im Sommer. Ich habe meiner kleinen Klemmbaustübung bei Stein auf Stein zu zielen. Ich bin Andreas und sage Moin Moin, Freunde, da bin ich. Ich habe euch heute was mitgebracht. Nein, nicht das, was anderes. Das ist nur so klein. Ich bin nicht draußen. Jetzt nack ich dir hier gegen Klaffen. Quatsch, erst auf. Schasse. Freunde, pass auf. Ich habe euch heute nur wirklich tatsächlich was Kleines mitgebracht. Ich hatte nicht so viel Zeit die Woche gehabt. Da komme ich aber gleich zu. Ich möchte aber ganz kurz hier nochmal was zu sagen. Derjenige aus Frankfurt, der ganz berühmte, der mit dem Baustein, der hatte das Video irgendwie zwei Stunden vor mir veröffentlicht. Bei seiner Reichweite ist es natürlich extremst, was die Leute dann da so geschrieben haben und kommentiert haben und und und. Ja, er hat ja nur, weiß ich nicht, 900 Tausend Abonnenten mehr wie ich oder so. Das spielt jetzt gar keine Rolle. Also der hat das auch veröffentlicht und da waren viele erbost darüber, dass eben halt Blubrix das ohne Lizenz gebaut hat. Und so würde man ja überhaupt keine Spende oder keine Spende abgeben hier an eine DGZRS, also für deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. So, ja, habe ich auch gesagt, finde ich schade. Das Schiff ist top, aber ich fand es auch ein bisschen schade. Aber jetzt müssen wir da mal auch mal ein bisschen ehrlich bei der ganzen Geschichte bleiben. Ja, es hat keine Lizenz und ja, man kann das auch vielleicht, so wie ich das auch gemacht habe, mal kurz ansprechen. Aber ganz ehrlich, Freunde, wenn mir das Schiff doch Tatsache gefällt und ich mir das kaufe und das jetzt keine Lizenz hat, was hält mich denn davon ab, in die nächste Kneipe reinzugehen, einen 10 Euro Schein oder einen 20 Euro Schein in dieses kleine Schiff, was dann immer auf dem Tresen steht? Als Spende reinzutun oder direkt als Spendenkonto. Ich finde immer, immer mit diesem Finger auf andere Zeig, ja, eine scheißige Mann, keine Lizenz oder ja, dann mach doch mal selber was, verdammte Axt. Ja, da hat einer bei mir unter den Kommentaren auch geschrieben, wie kannst du das noch unterstützen? Ja, wieso, was unterstütze ich denn? Ich baue hier ein Schiff. Wen habe ich denn da wohl unterstützt? Ich habe sogar gespendet. Und andere gucken, dass er sagt, Mensch, wenn Andreas das vielleicht macht, können wir das ja auch machen. Wenn das der, ähm, hält der Stein aus Frankfurt mit seinem Video und da, ich weiß nicht, 600.000 Leute sehen und davon kaufen sich 10.000 so ein Schiff und jeder denkt, ja, toll, die haben keine Lizenz, da spenden ich was. Ist es doch immer noch besser, als wenn wir gar nichts machen. Also, daher, Freunde, nicht aufregend auch mal handeln. So, 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 so viel dazu, ja, ich schiebe es mal zur Seite. Übrigens, äh, gehe ich, glaube ich, heute Abend auch wieder unterwegs, ähm, in die gleiche Kneipe, sitze ich wieder vor dem Schiff, werde ich mal wieder was rankippen. Also, ich, einmal hier und natürlich, äh, Cola und, ähm, natürlich auch in die Spatose. Ich schicke das mal weg. So, Freunde, was habe ich denn gebaut? Ich habe tatsächlich, was habe ich, jetzt denkt ihr, ich habe nicht alle Tassen im Schrank. Aber da muss ich, ich, ich weiß, ich quaddel heute ein bisschen viel, das geht nicht anders. Übrigens, habt ihr es gesehen? Gelesen heute? Blue Bricks? Übernimmt Mod Bricks? Wer hätte das gedacht? Da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Wie es auch immer ausgemacht. Keine Ahnung. Und ich will auch gar keine Gerüchte schwirren hier. Ich bin einfach nur gespannt, was dabei rauskommt. Und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz zu einer Geschichte kommen, Freunde. Mich hat diese Firma angeschrieben. Open Bricks. Deutsche Firma. Ob ich nicht eventuell Lust hätte, mit denen Werbevertrag zu machen. Das habe ich abgelehnt. Das hat natürlich mehrere Dinge oder mehrere Gründe und das wisst ihr. So was baue ich normalerweise gar nicht. Ja, bei mir sieht das ein bisschen anders aus, was ich normalerweise baue. Sieht eher so aus. Okay, alles gut. Die waren super lieb und super nett. Habe ich abgelehnt. Das ist wirklich nett von euch. Total. Habe ich mich auch wirklich drüber gefreut. Und da habe ich gedacht. Habe ich gedacht. Mensch, Andreas. Ja. Die sind gerade neu auf dem Markt. Anderen Leuten hilfst du auch immer. Und dann sagst du zu denen, danke. Habe ich mir gedacht. Scheiß. Punkt, Punkt, Punkt. Ich bestelle mir da einfach was von. Also. Kein Werbevertrag mit denen, sondern Tatsache. Ich bestelle mir einfach was davon. Und das ist eben halt dieses kleine Candyhaus. Und da zeige ich euch den kurz den Aufbau von. Weil ich gedacht habe, wenn es gut ist, warum nicht? Wenn es Mist ist, haben sie Pech gehabt. Für den, für den bei meinen paar Abonnenten auch nicht. Kann ich das hier nicht brechen. Aber. Ich habe es trotzdem gebaut. Oder ob ich da dran Spaß hatte oder nicht. Das seht ihr jetzt, Freunde. Auf geht's. Einen soll ich vergessen. Wenn ihr natürlich Bock habt, uns in der Facebook-Gruppe zu besuchen. Wir würden uns alle freuen. Viele sagen die geilste Gruppe der Welt. Und dann muss ich sagen, ja, das stimmt. Da seht ihr alles. Häuser, Autos, Militär, Schiffe und, und, und. Übrigens habe ich mir von Sluban jetzt dieses Fischerboot gekauft. Ja. Warum ich mir das gekauft habe, das erkläre ich euch, wenn das angekommen ist und wenn nicht, das baue. Reden wir dann darüber. So, Freunde. Jetzt aber auf den Bautisch. Oder auf geht's. Open Bricks. Warum ich das baue, habe ich euch erzählt. Einfach mal aus Jux und Dollerei. 224 Steine. Auf der Rückseite des Kartons. Der Karton ist gar nicht schlecht. Gefällt mir sehr gut. Hochglanz. Gibt es dazu noch andere Sets? Gefällt mir wirklich ganz gut, so vom Aussehen. Hat was. Natürlich 100% kompatibel mit dem Ding. Und ich habe für das Set jetzt, ohne Mist, 7 Euro bezahlt. Wenn man es natürlich hochrechnet, auf 224 Steine, ist das eigentlich ein normaler Preis. Das klingt erstmal ganz wenig. Rechnet man es um. Könnt ihr selber. Muss ich euch nicht vorrechnen. Wir packen es aus. Und siehe an, alles sehr bunt. Bunt. Sollte auch so sein, weil das ist ja quasi ein Süßwarenladen. Da darf es ruhig mal bunt sein. Das ist, was ihr auf dem Tisch seht, ist nicht der Lego Ferrari oder sowas. Nicht, dass ihr jetzt denkt. Bauanleitung. Auch sehr bunt. Ich habe da schon reingeguckt. Ich bin frech, ich weiß. Na, guck mal. Finde ich cool. Habt ihr so ein kleines Lineal mit dabei. Das ist geil gemacht. Was ich dann aber nicht so ganz geil fand, ist, ihr seht schon. Da ist wieder Augenfreundlichkeit. Da werde ich mich wieder... Ja, okay. Aber ich habe mich auch schon ein paar Mal ganz gefährlich damit auf den Hosenboden gesetzt. Jetzt muss ich dazu gleich mal sagen. Abgedacht. Eieiei. So eine kleine Bauanleitung. Und hinterher war es Tatsache nur halb so schlimm. Also, quacke ich lieber hinterher als davor. Fangen wir gleich erstmal an zu bauen. Und dann sehen wir, was dabei rauskommt. Freue mich da drauf. Tatsache. Obwohl ich ja kein Häuserbauer bin. Also, Open Bricks. Guck an. Ich habe bis jetzt noch nie ein Haus gebaut. Das ist das Erste. Gut, komm. Wir fangen mal an. Und dann schalte ich euch gleich mal zwischendurch rein. Und dann gucken wir mal. Und vielleicht so zu einer Zeit wird dem einen oder anderen das auch gefallen. Vielleicht auch nicht. Das sehen wir gleich. Ja, Freunde. Was soll ich euch sagen? Muss ich schon wieder alles revidieren? Warum habe ich immer so eine große Fresse? Verdammte Scheiße. Die Bauanleitung ist gut. Verdammte Axt. Oh, ich hasse mich dafür. Ist klasse. Ich habe keine Augenschmerzen. Das ist alles super farbig. Super sauber gemacht. Ach, ja. Der ist wieder voll reingeritten, ne? Egal. Freunde, guckt mal. So sieht das alles schon aus. Ich finde das ganz cool. Die Steinequalität ist wirklich gut. Klemmkraft ist top. Die Steine fühlen sich gut an. Da sind so Scheiben drin. Leichte Kratzer. Aber ich habe es schon wesentlich schlimmer gesehen. Alles gut. Man kann auch das Dach hier nachher abnehmen. Ich zeige euch das mal. So. Dann kann man das da so runternehmen. Dann hat man da so eine kleine Inneneinrichtung drin. Finde ich gut. Gefällt mir. Wirklich, wirklich gut. Ach, guck mal. Sogar eine Lampe. Hat man dran gedacht. Finde ich schön. Wenn das so bleibt, bin ich begeistert. Sehr gut. Ich möchte euch noch mal was zeigen. Ja, das ist natürlich extremst die Farben. Ich finde es cool. Ich habe noch hier so ein schönes Geländer. Also ich will euch mal zeigen, dass da wirklich schöne Steine bei sind. Ohne Quatsch. Freunde, Drucke. Ja. Ich denke mir mal, das wird Schokolade sein. Ich wollte vorhin schon einmal reinbeißen. Übrigens Druck. 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 Was wird mal mehr? Eine schöne, bunte Mischung. Super. So, Freunde. Da ist dieses kleine, niedliche Haus. Und das hat mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Von Open Brick. Mit dem kleinen Balkon dabei. Mit den ganzen Süßigkeiten. Sieht man an mir selber, dass ich auch gerne Süßigkeiten mag. Mit der kleinen Innausstattung. Finde ich absolut cool gelungen. Es gibt aber zwei Sachen, die ich jetzt nicht so toll fand. So, das erste davon ist, dass das leider nicht im Minifigurenmaßstab ist. Das ist der James Bond von Lego. Und wenn ich den da so mal davor setze, da seht ihr quasi, dass das nicht ganz passt. Und das zweite ist, was ich nicht ganz so schön fand. Ich kann es irgendwo nachvollziehen. Aber man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein. Warte mal, wo habe ich es denn? Auf dem Karton sieht es nämlich so aus, als wäre es beleuchtet. Ist es aber gar nicht. Also, die Laterne. Ich finde, da sollte man noch ein bisschen mit aufpassen. Das können sich einige ein bisschen schwer angepisst fühlen. Ja, das ist eine Täuschung. Was ich aber cool finde, ist, weil sich bestimmt einige gefragt haben, wofür sind denn die beiden Technik-Clips da? Und das kann ich euch sagen, ihr könnt das ja weiter, das ganze Haus. Und dann sieht das nachher, wenn ihr damit fertig seid, so aus. Würde ich das erweitern? Ja. Ich glaube schon. Ich glaube, das stelle ich mir dann zu Weihnachten irgendwo immer in der Stube irgendwo auf den Schrank, weil ich es wirklich ganz niedlich finde. Finde ich cool. Ist nichts Weihnachtliches, aber trotzdem finde ich es cool. Gefällt mir sehr gut. Der habe ich hier. Pass auf. Und jetzt ist das eigentlich, was ich eigentlich vom Open Bricks haben wollte. Und das sind diese Platten. Die fand ich richtig cool. Die kann man aufeinander stecken, Tatsache. Und es gibt in sämtlichen verschiedenen Farben, diese Platten. Die kosten irgendwie 14,99 Euro zwei Stück. 32 mal 32. Haben aber einen Nachteil, dass die gegenüber den denen, und das habe ich nicht selber herausgefunden, muss ich dazu sagen, dass... Habe ich zufällig erfahren, dass diese Platten dicker sind, wie die vom dänischen Hersteller. Und da sind wir schon am Ende des Videos, Freunde. So schnell ging das. Ja, ich habe heute ein bisschen viel gequatscht, das gebe ich zu. Da sagt mir einiges auf dem Herzen. Manchmal ist das so. Die Woche war eben ziemlich hart, wenig Zeit gehabt zu bauen. Und dann hat man das so manchmal, dass so ein bisschen was nach oben kommt, wo man sagt, da muss man unbedingt mal drüber reden. Das war eben halt mit den Seerettungskreuzer. So, Freunde, das Set war cool hier von Open Bricks. Das hat mir sehr gut gefallen. Wir haben auch die Platten dazu gefallen. Für den Preis, Freunde, kann man da nichts verkehrt machen. Ich finde es absolut klasse. Mir hat es Spaß gemacht. Und somit sind wir auch am Ende des Videos. Freunde, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt es wie immer. Ärgert euch nicht über irgendwelche Sachen, sondern genießt das Leben. Geht spazieren mit eurer Frau, mit eurem Hund, mit eurer Katze, mit eurer Freundin, mit euren Schwiegereltern oder was weiß ich. Und wir sehen uns wieder, wenn es heißt, natürlich bei Stein auf Stein zum Ziel. Und ich bin Andreas und sage Moin.